Musik Sieger in der Kategorie Architektur und Klima ist die Freie Universität Berlin. In den letzten elf Jahren erzielte die Freie Universität große Erfolge durch technisch-bauliche Effizienzprogramme, durch den Einsatz erneuerbarer Energien, mit Hilfe von Prämiensystemen für die Fachbereichsmitarbeiter, durch Online-Energy-Monitoring und ein Green-IT-Handlungsprogramm. Das Ergebnis war eindrucksvoll. Bis zu 66% weniger Wärmeeinsatz und 85% weniger Heizöl durch Umstellung auf erneuerbare Energien und Gas. Der Erfolg über 3,7 Millionen Euro weniger Kosten und über 12.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen. Die selbst erzeugte Energie wird von den über 37.000 Studenten und Mitarbeitern selbst genutzt. Deshalb heißt der Sieger 2012 in der Kategorie Architektur und Klima Freie Universität Berlin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017